Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Prüfungstrainer24.de. Wenn du Kauffrau oder Kaufmann für Büromanagement bist, dann ist das hier wirklich ein sehr, sehr gutes Video für dich, denn ich zeige dir, wie du mit Belegen buchst, also genau das, was von dir auch in der Abschlussprüfung erwartet wird. Bedenke, das ist das dritte von insgesamt sieben Videos, wo ich dir das alles zeige. Lade dir am besten gleich die Aufgabenstellung bei mir kostenlos auf der Seite herunter. Den entsprechenden Link habe ich dir unterhalb des Videos eingestellt. Gut, dann gehe ich davon aus, dass du die Unterlagen jetzt hast und wir legen los. Als erstes überlegen wir uns, aus Sicht welches Unternehmens buchen wir überhaupt. Laut Aufgabenstellung sind wir hier Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Möbli Lux GmbH. Das heißt, aus Sicht dieses Unternehmens wird gebucht. Wir gehen zum ersten Beleg, überlegen uns zunächst, was für eine Art von Beleg haben wir denn hier. Steht Rechnung drauf, also ist es eine Rechnung. Die Frage ist natürlich, ist es eine Ausgangsrechnung oder eine Eingangsrechnung. Nun, wenn wir hier im Anschriftenfeld stehen und der Name des Unternehmens Wolkenhimmel hier oben so als Logo dargestellt wird, könnt ihr natürlich davon ausgehen, dass die Wolkenhimmel GmbH diesen Beleg ausgestellt und an uns verschickt hat. Also haben wir den Beleg bekommen, es ist folglich eine Eingangsrechnung. Und dann überlegen wir uns, was für ein Konto brauchen wir bei der Eingangsrechnung. Da brauchen wir immer Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen. Dann haben wir aber das Problem, dass wir das so ja nicht mehr machen sollen in der Abschlussprüfung, sondern wir sollen ja diese sogenannten Personenkonten verwenden, diese speziellen Konten, die nur reserviert sind für das jeweilige Unternehmen, von denen wir das jetzt gerade gekauft haben. Und das war die Wolkenhimmel GmbH. Da seht ihr hier unten die 4413 Wolkenhimmel GmbH. Wir buchen also nicht an Verbindlichkeiten 4400, sondern an Wolkenhimmel GmbH 4413 an. Das spezielle Verbindlichkeitskonto, das nur für dieses Unternehmen eingerichtet wurde. Und da wir natürlich immer an Verbindlichkeiten buchen, Verbindlichkeit wird mehr, ist ein Passivkonto und ein Haben gemäht, müssen wir natürlich auch jetzt hier an 4413 buchen. Das heißt hier in diesem kleinen Konten, in diesem kleinen dargestellten Kontenschema hier oben rechts, muss ich auf der Haben-Seite 4413 eintragen. Wie gesagt, weil wir jetzt eben Personenkonten für die einzelnen Unternehmen haben, am Anfang eures Buchhaltungskurses habt ihr natürlich immer an 4400 Verbindlichkeiten gebucht. Ist auch nicht falsch, aber in der Abschlussprüfung will man es eben so haben, wie es auch wirklich in der Praxis gemacht wird. Dann fragen wir uns, was brauchen wir jetzt noch auf der Soll-Seite. Wir schauen uns an, was ist gekauft worden. Bettwäsche, zwei Positionen. Wir gehen zur Beschreibung des Unternehmens und sehen dann eben hier auf dieser Höhe Handelsware, Bettwäsche, Möbel, Polituren. Das heißt, wir haben also Handelsware gekauft. Wir gehen zum Kontenplan. Und da brauchen wir das Konto Aufwendungen für Handelsware. Habt ihr hier zu stehen. 6080, wie ihr ja sicher wisst, immer wenn ihr Ware kauft, muss das auf das Aufwandskonto Aufwendungen für Handelswaren und zwar im Soll, da wir Aufwendungen, wenn sie entstehen, immer im Soll buchen. Also kommt auf die Soll-Seite schon mal 6080. Damit sind wir aber noch nicht fertig. Wir brauchen eben noch die Vorsteuer. Die finden wir hier unten im Beleg mit 5262,48 Euro. Da wir einkaufen, ist es eine Vorsteuer. Und diese verbuchen wir auch auf der Soll-Seite. Vorsteuer wird, wenn sie denn bei uns entsteht, auf der Soll-Seite gebucht. Das ist ein Aktivkonto. Also kommt jetzt hier die Nummer für die Vorsteuer rein. Im Kontenplan findet ihr sie hier unten links. Das wäre dann also die 2600. Tragen wir hier links wieder ein, auf der Soll-Seite. Und so ähnlich müsst ihr das auch in der Abschlussprüfung machen. Dort haben wir aber so ein kleines anderes Kontenschema hier oben. Die haben das, glaube ich, nebeneinander. Ich mache das hier so untereinander. Wir machen weiter mit Beleg Nummer 2. Wir überlegen uns, was für eine Art von Beleg ist das. Es steht Rechnung drauf. Also ist es eine Rechnung. Wir überlegen, ist es eine Eingangsrechnung oder eine Ausgangsrechnung. Nun, da wir die Möbli Lux sind, sehen wir unser Logo hier oben. Das heißt, wir haben diese Rechnung erstellt und an die Möbelwelt Walter Kose GmbH verschickt. Denn deren Name steht ja hier im Anschriftenfeld. Also wir geben diese Rechnung raus. Die geht raus an unsere Kunden. Folglich ist es eine Ausgangsrechnung. Und wenn wir eine Ausgangsrechnung buchen, dann haben wir immer irgendwie den Buchungssatz Forderungen an irgendetwas. Forderungen an irgendetwas. Und das mit den Forderungen ist jetzt oben genauso wie mit den Verbindlichkeiten. Wir arbeiten wieder mit Personenkonten und wollen doch mal sehen, ob wir die Möbelwelt Walter Kose GmbH in unserem Kontenplan finden. Dazu gehen wir hier rüber zu den Zweierkonten. Und tatsächlich hier ganz oben seht ihr auch schon Möbelwelt Walter Kose GmbH. Das heißt, wir nehmen nicht das normale Forderungskonto 2400, sondern das spezielle Personenkonto 2401. Wir buchen also nicht Forderungen an, sondern dieses spezielle Forderungskonto an. Also nicht 2400 an, sondern 2401 an. Das können wir hier schon eintragen auf die Sollseite. Und dann könnt ihr euch gerne schon an dieser Stelle merken, dass das Konto Forderung oder eben hier 2401 steht immer allein. Ganz egal, was für eine Art von Buchungssatz ihr habt. Forderung und Verbindlichkeit stehen in einem Buchungssatz immer allein. Also müssen jetzt hier noch zwei Eintragungen auf der Haben-Seite erfolgen. Und zwar haben wir was verkauft. Was für ein Konto brauchen wir? Wir gehen zum Kontenplan. Wenn wir Ware verkaufen, brauchen wir das Konto Umsatzerlöse für Handelswaren oder Umsatzerlöse für Waren 5100. Das kommt auf die Haben-Seite. Also hier rein. Und dann haben wir noch eine Umsatzsteuer in Rechnung gestellt. 1858,20 Euro. Die Umsatzsteuer, wenn wir etwas verkaufen, dann buchen wir die Umsatzsteuer im Haben. Wir gehen zum Kontenplan und schauen uns an, wo wir dort die Umsatzsteuer finden. Da habt ihr sie hier mit der Nummer 4800. Das tragen wir hier ebenfalls auf der Haben-Seite ein. Und der Beleg ist fertig kontiert, so wie ihr das auch in der Prüfung zu machen habt. Dann geht es weiter. Neuer Beleg. Martin Weinerts Speditionen GmbH. Ich zoome mal ein bisschen rein. Ihr habt natürlich das Ding vor euch zu liegen. Habt ihr euch runtergeladen. Und dann schauen wir uns an, was hier steht. Im Folgenden stellen wir Ihnen den Transportauftrag Nummer 2905 vom 12.04. in Rechnung. Zu transportieren ist gut. Bettwäsche, Day Escape, Absender Möbli Lux, also wir und Empfänger Möbelwelt Walter Kruse GmbH. Das heißt, wir haben die Spedition damit beauftragt, dass die zu unserem Kunden Walter Kruse unsere Bettwäsche verfrachtet. Und da brauchen wir das Konto Ausgangsfrachten. Aber nicht nur Ausgangsfrachten, sondern ein paar Konten, andere Konten natürlich auch. Wir fragen uns wie immer, welche Art ist der Beleg? Es ist eine Rechnung, steht ja drauf. Dann, wir haben die Rechnung erhalten von der Spedition. Und immer wenn wir eine Rechnung erhalten, ist das eine Eingangsrechnung. Eingangsrechnung und eine Eingangsrechnung buchen wir immer an Verbindlichkeiten, an 4400. Nun ist es aber hier wieder die Situation, dass wir nach dem speziellen Konto suchen müssen. Statt dem normalen 4400 Verbindlichkeitskonto suchen wir nach dem Personenkonto. Und hier unten bei 4410 seht ihr die Martin-Weinhardt-Speditionen GmbH. Wir nehmen also nicht die 4400, sondern die 4410. Verbindlichkeiten wird im Haben gemäht, also an 4410. Verbindlichkeiten und Forderungen stehen immer allein. Also auch diese Personenkonten, diese speziellen Verbindlichkeits- und Forderungskonten stehen also auch immer allein. Das heißt, auf der Soll-Seite müssen jetzt noch zwei Eintragungen vorgenommen werden. Was haben wir hier bekommen? Eine Rechnung für eine Transportleistung. Wir gehen wieder zu unserem Kontenplan und schauen uns an, wo haben wir denn diese Transportleistungen. Die sind hier irgendwo bei den 6er Konten, das ist ein Aufwandskonto. Und wir schauen nach, wo wir sie finden. Und dann habt ihr sie hier bei den Ausgangsfrachten 6140. Tragen wir wieder hier ein. Und dann haben wir auch hier eine Vorsteuer in Rechnung gestellt bekommen. 19% Umsatzsteuer. Aber da wir einkaufen diese Leistung, ist es eben eine Vorsteuer. 2600. Ihr geht wieder in den Kontenplan. Wenn ihr die Kontennummer nicht kennt, dann habt ihr die Vorsteuer hier unten. 2600. Und übertragt diese hier unterhalb der 6140. Und der Beleg ist fertig kontiert. Wir gehen dann weiter zum nächsten Beleg. Der beinhaltet insgesamt drei Buchungen. Die Buchungen 4, 5 und 6. Und zwar sind das, wie du das hier sehen kannst, die Überweisungen, die getätigt wurden. Einmal von uns an die Wolkenhimmel GmbH. Das war der erste Beleg ganz oben. Da haben wir Ware eingekauft und gebucht. Aufwendungen für Warenvorsteuer an dieses spezielle Verbindlichkeitskonto 4413, das nur für die Wolkenhimmel reserviert wurde. Und diese Verbindlichkeit, diese spezielle Verbindlichkeit wird nun von uns durch Banküberweisung ausgeglichen. Also als erstes brauchen wir auf jeden Fall das Konto Bank. Denn ein Kontoauszug beinhaltet immer eine Buchung mit der Bank. Wir gehen zum Kontenplan und sehen dann hier unten unsere Bank 2800, die KFI Bank AG. Und da wir etwas überweisen, Geld von unserem Bankkonto weggeht, wird Bank weniger. Bank ist ein Aktivkonto. Und Minderungen von Aktivkonten verbuchen wir immer im Haben. Also muss die 2800, die Kontonummer für die Bank, im Haben stehen. Dann wird dieses besondere Verbindlichkeitskonto, das für die Wolkenhimmel reserviert war, dieses besondere Verbindlichkeitskonto 4413, wird dadurch ausgeglichen. Wir verbuchen das Ganze also auf der Sollseite dieses Verbindlichkeitskontos, da Passivkonten im Soll gemindert werden. Also 4413 an 2800. An dieser Stelle lasst euch gesagt sein, dass je mehr ihr solcher Buchungen übt, umso einfacher wird es. Deswegen werde ich ganz viele Aufgaben machen, solange bis das bei euch sitzt. Wir machen weiter mit der Buchung Nummer 5. Da seht ihr ein kleines Pluszeichen. Wir haben also Geld bekommen von der Möbelwelt Walter Kruse GmbH, unserem Kunden. Wenn wir da mal kurz hochgehen, da seht ihr, da wurde gebucht, spezielles Forderungskonto 2401 an Umsatzerlöse für Waren, an Umsatzsteuer. Diese spezielle Forderung 2401 wird nun durch Banküberweisung beglichen. Wenn der Kunde bei uns also etwas bezahlt, durch Banküberweisung begleicht, wird Bank bei uns mehr. Bank ist ein Aktivkonto, Mehrungen von Aktivkonten verbuchen wir im Soll. Also die 2800 diesmal im Soll. Und dann dieses besondere Forderungskonto gegenüber der Walter Kruse wird jetzt hier im Haben ausgeglichen. Da seht ihr Martin Weihnachts-Speditionen, ein Minuszeichen davor. Also wir gleichen diese Rechnung aus. Da haben wir gebucht, eben Ausgangsfrachtenvorsteuer an spezielles Verbindlichkeitskonto, das reserviert ist für die Martin Weihnachts-Speditionen. Das wird ausgeglichen. Diese Verbindlichkeit wird weniger. Gleichzeitig wird Bank auch weniger. Bank ist ein Aktivkonto. Minderungen von Aktivkonten verbuchen wir auf der Haben-Seite. Und dann eben auf der Soll-Seite, dass die Minderung dieses speziellen Verbindlichkeitskontos, das reserviert war für die Martin Weihnachts, also 4410. So, damit sind wir mit der Aufgabe fertig. Bitte bedenke, es kommen noch ein paar Videos zu diesem Thema Buchhaltung. Sieben Videos insgesamt. Wenn du alle durch hast, dann dürftest du keine Probleme mehr haben mit diesen komplizierten Buchungsgeschichten, die dich im Prüfungsteil 2 erwarten. Ich freue mich auf die nächste Aufgabe mit dir. Bis dahin, macht's gut. Wir sehen uns im Video Nummer 4.